Gute Abend. Ich heiße Fuibo. Ich komme aus Gepicken. Heute haben wir ein Thema. So entsteht Liebe. Du weißt, was die Bär ist? Nebär ist eine Wette vor. Richtig. Du kannst dich sehen, weil du kannst dich sehen. Du hast eine Sache gesehen. Du musst los sein. Gehen. Gehen Fuß vor Fuß. Du denkst, was wie entsteht Liebe. Okay. Lass uns lernen. Das Wasser verbauten die Pfeile aus ihr alleine den Wasserdampf. Er verdunst sie sich aus Wolken. Warmluft nimmt der Wasserdampf auf als kalte Luft. Wenn sich warme, rüchte Luft am Boden abkühlt und jetzt Leben erstellt. Der Wasserdampf verwandelt zurück zu einem riesigen kleinen Wassertüpfchen. Ja. Ob du dir Nebelspaziergist, dein Gesicht, Haare oder Jacke ist heucht. Ja. Wie lange muss ich in der Freie spazieren gehen, dann kann man das Furcht fühlen. Müsse ein bisschen lauter, aber nicht sehr schnell. Danke. Danke. Ihr habt noch Wage? Nein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 In der Arbeit noch. Obviously, außerги und schwierige nach oftentimes. Ich schreibe aufmerksam.